Als die Menschen sesshaft wurden und der Ackerbau das Jagen und das Sammeln ablöste, begannen sie gigantische Bauwerke zu errichten. Mit großem Erstaunen stehen wir vor dem, was heute davon noch sichtbar ist, mit zahlreichen Fragen und immer noch ziemlich wenig Antworten. Rund eine Million Touristen besuchen die Stadt. Die Stadt besuchen jährlich Stonehenge, eine komplexe Steinkreisanlage in Südengland. Vor rund 4000 Jahren, zwischen Jungsteinzeit und Bronzezeit fertiggestellt, gilt Stonehenge als wohl bekanntestes steinerndes Symbol für die hochentwickelte Baukunst unserer Vorfahren. Doch es steht eigentlich am Ende einer Entwicklung, die schon rund 8000 Jahre früher, also 10.000 Jahre vor Christus, in Südanatolien ihre Spuren hinterließ. Also die Geschichte ist nach wie vor die gleiche. Wir hatten die Jäger- und Sammlerkulturen, es kommen die bäuerlichen Kulturen, aber dieser Übergang, der ist nun ganz anders und der fällt viel spektakulärer aus, als wir das gedacht haben. In einem Zeitraum von ungefähr 10.000 Jahren entstanden weltweit rund 100.000 Stein- und Erdbauwerke. Manche unübersehbar, riesig, manche klein und verborgen, oft bis zum Steinskelett ausgeplündert. Nicht selten werden sie von Experten auch um einiges älter geschätzt, als die Wissenschaft bestätigen kann. Ich glaube nicht, dass die Zivilisation bloß 5.000 oder 6.000 Jahre zurückreicht, sondern es sind 10.000, 11.000, 12.000 Jahre oder sogar mehr. Ob in der Schweiz am Genfersee oder in Südschweden, ob in Kanada oder Zentralafrika, ob in Korea oder in der Mongolei. Bauwerke aus der Steinzeit sind in der ganzen Welt zu finden. Und überall stehen sie dem Volksglauben nach mit einer Geisterwelt in Verbindung. Das sind heidnische Städten. Und man hat sich gefürchtet, hier spukt der Teufel, hier ist nachts um Mitternacht was los, da geh lieber nicht hin. Da waren immer die Geschichten von den anderen Leuten, die hier leben. Obwohl wir sie nicht sehen konnten, wurde uns immer erzählt, dass sie da sind. Nahe der bretonischen Stadt Rennes befindet sich La Roche-aux-Fee, wörtlich übersetzt das Gestein mit Feen. Eine gut beschilderte Attraktion für Touristen. Skizzen erklären, wie die Kultstätte ursprünglich ausgesehen hat. Ein Erdhügel mit ausgebautem Portal. Dem Besucher wird klar, warum die Geschichtsschreibung hier von der Megalith-Kultur spricht. Abgeleitet aus dem Griechischen von der Groß-Steinkultur. Die wahren Dimensionen der Felsbrocken werden erst voll bewusst, wenn man sich in unmittelbarer Nähe dieser Bauwerke befindet. Aus diesem Blickwinkel erscheinen die steinzeitlichen Erbauer, ihre Arbeitsmethoden und ihre Motive wie ein einziges großes Steinzeiträtsel. Bei keiner der Ausgrabungen von Megalith-Bauten hat man je Artefakte gefunden, die als Zahlungsmittel für die Erbauer interpretierbar sind. Vielleicht aber dienten Salz und Getreide als eine Art Entlohnung der Bauarbeiter. Sklaven waren offenbar nicht am Werk, weil diese Bewacher brauchen, die zahlreiche Pfeilspitzen hinterlassen hätten. Annähernd 50 Steinbrocken wurden hier aus 5 Kilometern Entfernung herangebracht. Die Decksteine wiegen rund 40 Tonnen. Wahrscheinlich hat das bretonische Feengestein im Urzustand diesem Hügelgrab mit dem Namen Newgrange, 30 Kilometer nördlich von Dublin, sehr ähnlich gesehen. Newgrange wurde in den 1970er Jahren renoviert. Der Stein und Erdhügel bedeckt ein mächtiges Steinportal, welches dem von La Roche-O-Fee vom Grundkonzept sehr ähnlich ist. Ob der Dubliner Archäologie-Professor Michael J. O'Kelly mit seiner Rekonstruktion der Außenwand recht hatte, wird wohl für immer ein Streitpunkt unter Experten und eine Facette des Steinzeiträtsels bleiben. Unbestreitbare Tatsache hier in Newgrange, beim Feenstein in der Bretagne und bei zahlreichen anderen Steinzeitbauten ist eine präzise Ausrichtung zur Wintersonnenwende. Das heißt, die Sonne scheint beim Aufgehen nach der längsten Nacht des Jahres direkt 17 Meter ins tiefste Innere des Bauwerks. Es war eine Sensation in Irland, als die mächtige Steinzeitanlage Newgrange nach der Renovierung 1975 eröffnet wurde und die Sonne dann tatsächlich pünktlich das Innere der Grabkammer erleuchtete. Man kann es am besten so ausdrücken, wenn man sagt, es ist wie eine große Kathedrale der Steinzeit. Ich habe wirklich Glück, dass ich den Sonnenaufgang nicht nur einmal, sondern siebenmal hier gesehen habe. Jedes Mal ist es so schön wie beim ersten Mal. Sehr ergreifend und emotional. Mit einer Lotterie unter den Besuchern werden alljährlich jene Personen ausgewählt, die zur Wintersonnenwende in der Grabkammer die aufgehende Sonne betrachten dürfen. Das Sonnenspektakel ist theoretisch an fünf Tagen sichtbar. Wäre da nicht der irische Wolkenhimmel. Wenn die Sonne sichtbar ist, ist die Faszination allerdings groß. Wenn du denkst, du stehst am selben Platz, wie es jemand vor 5000 Jahren getan hat, und du erlebst das Gleiche wie die Menschen damals, dann ist das ein sehr tiefgreifendes Erlebnis. Man wird richtig demütig. Man teilt die Erfahrung mit den Leuten, die das Monument konstruiert und es zur aufgehenden Wintersonne ausgerichtet haben. Es waren Steinzeitmenschen, die mit Steinzeitwerkzeugen gearbeitet haben. Sie waren so im Einklang mit den Jahreszeiten, dass sie erkannten, wann die tiefe Sonne den kürzesten Tag mit der längsten Nacht ankündigt. Was ja bedeutet, dass die Nächte kürzer werden und wieder ein neues Jahr geboren ist. Auf der norddeutschen Ferieninsel Sylt befindet sich ein Megalithbau, der besonders gut erhalten geblieben ist. Diesen Hügel nennt man Denkhoog, ein Hühnengrab, das sich in seiner ursprünglichen Form präsentiert. Es war bei seiner Öffnung Ende des 19. Jahrhunderts noch nicht von Grabräubern geplündert worden. Wahrscheinlich liegt das einfach an der Insellage, die wir hier haben. Diese Kammern sind, oder diese Gräber, diese Hügelgräber, sind ja alle erst im 19. Jahrhundert geöffnet und erforscht worden. Dieses Grab recht spät, erst 1868. Die Wissenschaft ist sich da nicht so ganz einig, ob diese Kammern ursprünglich schon als Grabkammern errichtet worden sind oder ob sie als Kultstätten errichtet worden sind. Das ist einfach nicht bekannt. Es ist dem Sylter Heimatverein und seinen Mitarbeitern zu verdanken, dass diese Grabanlage so gut erhalten blieb. Nicht ohne Stolz weist man darauf hin, dass bereits 1928 ein Einstieg von oben für Besucher eingebaut wurde. 5000 Jahre Menschheitsgeschichte, bestens eingerichtet und gesichert für einen regen Besucherstrom. Wenn man sich diese Kammer von innen ansieht, dann muss man ja auch feststellen, dass die Menschen unheimlich sorgfältig und mit einer Beharrlichkeit wahrscheinlich daran gearbeitet haben, dass die Kammer eben heute noch komplett so erhalten ist, wie sie damals errichtet wurde. Connemara ist die Region im äußersten Westen Irlands. Der Name Connemara wird aus keltischen Worten abgeleitet, die etwa die Hunde des Meeres lauten. Was das zu bedeuten hat, wissen nicht einmal profunde Kenner dieser rauen, aus torfgeformten Landschaft. Die meterdicke Schicht aus abgestorbenem Moos hat hier zahlreiche Bauten der Megalithkultur über die Jahrtausende geschützt. Im Westen von Irland sind diese kleineren Grabmäler erhalten. Ich habe durch Feldarbeit rund 40 von ihnen gefunden, in den Bergen, den Tälern und Buchten entlang der Grenze zwischen Galway und Mayo. Es ist ein magischer, sehr wichtiger Ort, weil hier die Megalithkultur beginnt. Sie beginnt nicht mit den riesigen Ganggräbern, sie beginnt mit einfachen neolithischen Grabbauten, mit einer Jäger- und Sammlergemeinschaft im Übergang zu Ackerbau und Viehzucht vor rund 6000 Jahren. Dieses Grab hinter mir ist wahrscheinlich eines dieser einfachen Gräber. Es gibt viele davon, europaweit, aber besonders hier im Westen von Irland. Hier sind sie unter einem Teppich aus Deckenmoor versteckt. Nur 1% aller Monumente von Irland ist freigelegt, aber kein einziger Megalithbau hier in Connemara. So ist dieser Platz noch immer, wie ich ihn vor 30 Jahren gefunden habe. Und er wurde seither nicht weiter beachtet. Er ist eines der historischen Überbleibsel, die über die Landschaft verteilt und wieder vergessen worden sind. In dieser einsamen Gegend wurden immer schon die alten Legenden am Torffeuer im Kamin weitererzählt, von Generation zu Generation. Eine dieser Legenden führt zum Ursprung der steinzeitlichen Bauten. Die Gräber heissen hier Laba Dirmet, das Bett von Dermesh und Gronya. Dieses mythologische Liebespaar wurde verfolgt, weil Gronya die untreue Frau des Königs von Irland war. Die neolithischen Monumente sind also im Volksglauben keine langweiligen Plätze, sondern Orte, wo die Liebenden eine Nacht verbrachten. Das jedenfalls erzählt eine Legende in West-Irland und Südwest-Schottland. Ein erstaunlicher Aspekt des Steinzeiträtsels ist die weite Verbreitung der Bauten in der ganzen Welt. Alleine in Europa vermuten Experten mindestens 40.000 Kultbauten aus der Steinzeit. Dabei sind Konzentrationen entlang der Atlantikküste bemerkbar. Dänemark hat die grösste Dichte pro Quadratkilometer. Einzelne Steinzeitbauten finden sich an der kanadischen Atlantikküste. Selbst in Korea sind etwa 20.000 Megalit-Bauten registriert. Das Internet animiert auch immer mehr ambitionierte Hobbyforscher, die Liste bekannter Städten mit neu entdeckten Steinzeitkultplätzen zu ergänzen. Vielversprechend erscheint die Suche nach den Hintergründen der Steinbauten entlang der sog. Straße der Megalit-Kultur. Von Osnabrück nach Oldenburg führt ein 330 km langer Weg an 77 Monumenten vorbei. Gut befahrbar, bestens ausgeschildert und stolz herausgeputzt für den Fremdenverkehr. An 30 Plätzen kann man rasten, Informationen sammeln und in die Steinzeitatmosphäre eintauchen. Der archäologische Leiter des Projekts, Dr. Bodo Ziehm, ist mit zahlreichen Aktionen bemüht, den Menschen der Gegenwart ihre steinzeitlichen Vorfahren näher zu bringen. Er selbst ist von den Urahnen, die vor rund 5000 Jahren gelebt haben, tief beeindruckt. Ich sehe bei diesen Menschen vor allem diesen stark ausgeprägten Gemeinschaftswillen, diese Geschlossenheit. Es ist ja auch eine Besonderheit dieser Anlagen, dass es sog. Kollektivgräber sind. Also wirklich hier, Kollektiv, Gemeinschaft, im jenseitigen Leben, bleiben die beieinander. So wie sie hier auf der Erde die schwierige Aufgabe der Sesshaftwerdung umsetzen mussten, so stellten sich damals die steinzeitlichen Erbauer, der Megalitgräber, auch das Leben im Jenseits vor. Also hier kommt ganz stark der Gemeinschaftswille zum Ausdruck. Und das finde ich das Faszinierende an diesen Anlagen und auch an diesen Menschen. Und ich denke auch, dass man sagen kann, das unterscheidet sie im Prinzip von uns heute. Nicht immer hat man sich in der Nähe der Steinzeitbauten gerne aufgehalten. Wenn im Volksglauben der Bretagne die Feen oder in Irland die Halbgötter am Entstehen der Steinbauten beteiligt waren, so sind es hier in Nordwestdeutschland die Riesen oder gleich der Teufel. Weil sie so alt sind, weil es so lange her ist, es gibt natürlich keine wirkliche Überlieferung mehr und weil unsere christliche Welt in unseren Köpfen vorhanden ist und wir uns eine nicht-christliche Weltreligion dieser Art nicht vorstellen können mit ihren Inhalten. Wir können nur erkennen, was sie gemacht haben. Sie haben diese Bauwerke gebaut, sie haben die sterblichen Überreste ihrer Verstorbenen wie auch immer hingebracht. Sie haben sie mit Beigaben ausgestattet, mit Geschirr, mit Steinbeilen, mit Feuersteinspitzen, Pfeilspitzen, mit Bernsteinschmuck, mit Gagat, allem Möglichen. Sie haben sich sehr viel Mühe gegeben, ihre Verstorbenen ins Jenseits zu begleiten. Und was sie aber für religiöse Inhalte nun geglaubt haben, das ist ja unserem christlichen Vorstellungsfeld ein bisschen konträr, dieser Umgang. Und der Bann ist gebrochen, dadurch, dass dann Geistliche aus ihrer Kenntnis heraus gesagt haben, wir müssen da mal Ausgrabungen machen. Und das haben sie gemacht. Wo so ein Urzeitbau nahe oder inmitten eines Siedlungsplatzes steht, finden sich häufig christliche Zeichen einer Nachdeutung. Der Menir von Saint-Usaic in der Bretagne ist etwa acht Meter hoch und drei Meter breit und damit der größte, mit christlichen Symbolen versehene Menir in Frankreich. Der Tumulus Saint-Michel ist 125 Meter lang, 60 Meter breit und 10 Meter hoch und von Menschenhand errichtet. Seit 1663 grünt dieses Steinzeiträtsel eine Kapelle. Auf einem Hühnengrab in Schleswig-Holstein findet sich ein Mausoleum nach russischem Vorbild, errichtet von Prinz Heinrich von Preußen. Dieser 156 Meter hohe Hügel im Südwesten von England heisst Tor und ist rundum von Menschen in Stufenterrassen geformt. Eine mittelalterliche Kirche wurde durch ein Feuer zerstört. Geblieben ist der Turm. Die Christianisierung spielt im Raum von Oldenburg keine Rolle. Hier liegen die rätselhaften Kultplätze abseits von Siedlungen. Grabungen nach Knochenresten haben hier kaum Aufschlüsse gebracht, wie bei Führungen zu erfahren ist. Wir wissen nicht genau, wer in diesen Gräbern bestattet wurde, weil wir nämlich die Knochen der Menschen, die hier bestattet wurden, nicht finden können. Der Boden hier in der Gegend ist sehr sauer und löst die Knochen sehr schnell auf. In anderen Gegenden, wo der Boden feuchter ist, hält sich das vielleicht länger. Oder kalkhaltiger ist, hält sich das auch länger. Was wir aber finden hier in den Großsteingräbern ist die Keramik der Leute früher. Oft wird gefragt, ob man aus den Menschenknochen, so man welche gefunden hat, auf den Volksstamm der Begrabenen schließen kann. Man findet in einigen Großsteingräbern allerdings auch nicht hier in der Region wohl Knochen und kann zum Beispiel rekonstruieren, dass es Verwandtschaftsverhältnisse von Menschen, die in den Großsteingräbern bestattet wurden, gegeben hat. Oder auch, dass ähnliche Krankheiten verbreitet waren und so weiter. Aber was für ein Volksstamm, das kann man nicht rekonstruieren. Wir wissen ja, dass in der Zeit nach Christi Geburt nochmal große Wanderungsbewegungen stattgefunden haben. Und deshalb kann man davon ausgehen, dass das nicht die Menschen sind, die danach hier gelebt haben. Aber wir wissen auch nicht, was für Bevölkerungsbewegungen in der Zeit vor Christus, also zwischen Großsteingräbern und Christi Geburt beispielsweise, bis zu der nächsten Völkerwanderung stattgefunden haben, sodass wir das nicht rekonstruieren können. Also dazu kann man keine Aussagen machen. Die Heimatgemeinschaft rund um die Eckernförderbucht engagiert sich seit vielen Jahrzehnten mit Vorträgen, Projekten und Exkursionen, um das Wissen um die Region für zukünftige Generationen zu bewahren. Die Jungsteinzeit spielt allerdings trotz der zahlreichen Monumente und Funde in dieser Region eine untergeordnete Rolle. Seit Jahrzehnten gilt hier an der Ostseeküste der mittlerweile pensionierte Lehrer Joachim Sebastian als der Experte für Vor- und Frühgeschichte. Allein, wenn man genügend Menschen hat, man kriegt ja die Hände der Menschen gar nicht dann an den Stein heran, also die Kraft auf diesen Punkt. Man muss mit Geräten gearbeitet haben, man muss wahrscheinlich Stangen oder Baumstämme gehabt haben, um diese Steine zu transportieren. Man kann von Hebelkräften ausgehen. Man wird auch sicherlich irgendwas mit dem Schieben, Rollen oder auf Wasser getränkten Bahnen, die im Winter gefroren waren, dass man dort einen Stein leichter schieben konnte. Davon könnte man vielleicht ausgehen. Es ist ein großes Problem. Es ist ein Problem, die Siedlungsplätze der Jungsteinzeitler zu finden. Wir haben einige Schlagplätze, an denen die Jungsteinzeitler ihre Werkzeuge und ihre Waffen hergestellt haben. Und da muss auch gesiedelt worden sein, denn es geht nicht einfach einer nur auf ein Feld und beschlägt Steine über einen längeren Zeitraum, sondern da muss er auch gelebt haben. Einen von der Technik geprägten Zugang zu besonderen Orten finden wir in der englischen Grafschaft Harreford. Alfred Watkins, Sohn einer hier ansässigen industriellen Familie und bedeutender Pionier der Fotografie, war der Erfinder des ersten industriell gefertigten Belichtungsmessers. Watkins hat sich mit Mitteln der Fotografie an die Rätsel der Archäologie gewagt. Als Archäologe kann ich ihn sicherlich nicht ignorieren, weil seitdem ich nach Harrefordshire kam und mit Archäologie zu tun habe, stolpere ich über ihn, wo immer ich hingehe. Die Fotografie erforderte um 1900 einen gewaltigen technischen Aufwand und sehr viel Geduld. Bilder mussten gut geplant werden, die Kamerapositionen wurden sorgfältig ausgewählt. Watkins fiel auf, dass sich Kirchen und alte Kultstätten auf geraden Linien in der Landschaft befinden. Er schrieb darüber ein Buch und sorgte damit für Erstaunen und Anerkennung, aber auch Ablehnung. Die Leute gingen tatsächlich mit ihren Landkarten herum, um diese geraden Linien zu finden, um zu Plätzen zu kommen, wo man drei, vier Punkte auf einer Linie sieht. Zufall oder Planung? Diese Frage wird stets gestellt, wenn die Landschaftslinien, die Watkins Ley Lines nannte, zur Sprache kommen. Die Anhänger der Linientheorie erwähnen gerne die sogenannte Michael-Line, mit der sich Kultplätze von Cornwall bis Kent verbinden lassen. Ich denke, sie wussten nicht richtig weiter damit. Das war eine völlig neue Theorie. Niemand hat je zuvor davon gehört. Aber innerhalb von fünf Jahren hat er den Club der alten Geraden Linien gegründet und zwei Bücher darüber geschrieben. Er war gut bekannt, aber nicht berüchtigt. Er hat alles aufgenommen, was er konnte. Nicht nur die geraden Linien. Er hat alles fotografiert, wo er nur hinkam. So sind die Ley Linien zu einem gewissen Maße heute ein Nebenprodukt seines Gesamtwerkes. Heute gibt es keine Club-Mitglieder mehr, die mit Kamera oder Fernglas Linien in der Landschaft suchen. Heute bietet das Internet mit Programmen wie Google Earth ein besseres Werkzeug für Liniensucher. Hier legen Studenten der Uni Wien für das neue Ludwig-Boltzmann-Institut für archäologische Prospektion und virtuelle Archäologie die Reste einer Kreisgrabenanlage frei. Mit Radartechnik werden Fragmente durchleuchtet. Kreisgrabenanlagen sind eine weitere Facette des Rätsels steinzeitlicher Bauten. Man findet sie häufig im nördlichen Niederösterreichischen. sowie im östlichen Bayern. Also in Gegenden, wo in der Urgeschichte keine Steinbauten errichtet wurden. Die Grabungsreste lassen auf ein hohes Wissen in der Holzverarbeitung und auch in Astronomie schließen. Die Rekonstruktionen dieser Monumentalbauten ergeben teils gewaltige Dimensionen. Ihr Sinn ist bis heute nicht geklärt. Solche monumentalen Ausdrucksformen wie diese Kreisgrabenanlagen oder auch später die Megalith-Bauten sind immer im Zusammenhang mit der Ausbildung von neuen Kulturformen, mit Ausbildungen von neuen Gesellschaften. Und diese Monumentalität ist auch immer im Zusammenhang zu sehen mit der Bildung einer neuen Identität einer Gesellschaft, mit einem Ausdruck des Gemeinsamen, des Gemeinsamen, aber auch eines Ausdrucks des Abgrenzenden zu den Anderen. Und auch Stonehenge hat nicht mit Steinen begonnen, sondern die frühen Phasen waren ebenso wie hier diese Kreisgrabenanlagen im Inneren mit Holzpalisaden, mit einzelnen Holzposten errichtet. Und das, was sich hier zeigt an, sagen wir mal, Leistungen der Menschen, das haben wir nicht nur an diesem einen Ort, sondern wir kennen jetzt in ganz Europa bald 150 dieser Anlagen, die alle in die gleiche Zeit datieren, die alle irgendwann zwischen 4.800 und 4.500 vor Christus errichtet worden sind und auch wieder quasi zugeschüttet wurden. Das heißt, dieser Vorgang des Zuschüttens, dieses Löschen aus der Landschaft, das ist genauso ein wesentlicher Punkt wie das Errichten dieser Anlage. Das älteste bekannte Bauwerk heißt Göbekli Teppe, bauchriger Hügel und liegt in Südanatolien. Es wurde zum Inbegriff einer archäologischen Sensation. Denn hier wurde komplexer und weit präziser gearbeitet, als man es den Menschen vor 12.000 Jahren bisher zugetraut hat. Vermutlich handelt es sich bei den dargestellten Tieren um Jagdszenen. Da wäre Jagdzauber viel zu tief gegriffen. Also hier wird viel komplizierteres dargestellt. Da mag die Jagd auch eine Rolle spielen. Aber was hier am Göbekli Teppe zu sehen ist, das sind Illustrationen von Geschichten, Illustrationen von steinzeitlichen Mythen wahrscheinlich, die da ins Bild gesetzt sind und die eben in den Tieren eine ganz große Rolle spielen. Das ist ganz klar. Es gibt aber auch andere Darstellungen. Es gibt Symbole, abstrakte Symbole, die ganz klar nicht aus dem Bereich des Tierreiches kommen. Sodass wir langsam dabei sind zu erkennen, dass es offenbar wie ein Zeichensystem war, das Botschaften übermitteln konnte. Seit 1994 finden deutsche Archäologen hier jährlich neue Beweise für eine ungeahnte Handwerkskunst der Jungsteinzeit. Was hier zum Vorschein kam, hat bisherige Denkansätze über die Urgeschichte der Menschheit und den Beginn der Baukunst über den Haufen geworfen. Lassen die Ausgrabungen darauf schließen, dass die Menschen damals bereits mit dem Lauf der Gestirne gebaut oder gerechnet haben. Für eine bestimmte Gesellschaftselite war es vielleicht wichtig, zu zeigen, was sie können, was sie wissen, um in einer Art Performance ihre Gefolgschaft zu beeindrucken. Aber ob man jetzt wirklich Astronomie betrieb, im Sinne der späteren, der babylonischen Astronomie, halte ich für noch nicht unbedingt. Eine gelöste Frage. Am Göppelitzdeppe zumindest sieht es so aus, als ob archäoastronomische Gesichtspunkte eher eine sehr geringe Rolle spielt. Die Ausrichtung der Anlagen geht zwar relativ einheitlich nach Süd, Südost, aber ist wiederum so ungenau, was die einzelnen Anlagen angeht, oder so variierend, dienstlich variierend, dass man hier eigentlich von astronomischen Orientierungen nicht unbedingt sprechen kann. Dr. Schmidt wehrt sich gegen spekulative Interpretationen der Sensationspresse, wonach dies der Garten Eden sei, weist aber gerne darauf hin, dass die gesamte Anlage im südlichen Anatolien wesentlich größer ist, als derzeit ergraben werden darf. Beachtenswert ist, dass die Erbauer ihr Werk nach Jahrhunderten der Nutzung fachkundig zugeschüttet und verborgen haben. Sprengstoff Sprengstoff hatten der Bauer der riesigen Steinanlagen natürlich noch nicht zur Verfügung. Vielfach wird vermutet, dass mit gefrierendem Wasser Sprengwirkung im Steinbruch erzielt wurde. Der Härte des Granits wird heute mit gewaltigem Maschinenaufwand zu Leibe gerückt. Bevor es die pressluftgetriebenen Maschinen gab, waren in diesem oberösterreichischen Familienbetrieb mehr als 2500 Arbeiter mit Hammer, Meißel und Muskelkraft tätig. Aber im Steinbruch geht es nicht nur um Gewicht und die Härte des Materials, sondern auch um seine Seele. Ein Stein, wenn Sie den anschauen, so einen Block, würden Sie nicht glauben, das ist eigentlich, man kann ihn vergleichen mit Holz. Nach der einen Seite lässt er sich spalten mit der Hacke, mit der anderen Seite überhaupt nicht. Und das muss man wissen. Und aus jedem Steinbruch ist der Stein anders. Und das müssen die Menschen wissen. Die Arbeiter wissen, dass die greifen ihn an. Aha, das ist die rauere Seite, das ist die feinere Seite. Ah, der Gang, dort wo er leicht geht, ist hier. Und da ist die schlechte Seite, das ist die Bürsten und so weiter. Wie Sie sagen, und Sie sagen, man muss einen Stein angreifen, sehr sensibel, wie eine Frau. Dann weiß man, wo man die, wo man sozusagen die Arbeits-, die Bohrlöcher und nach welcher Richtung dann der Gang ist, wie man den Stein einfach spalten kann, mit wenig Energie, nach dem natürlichen Lager, so wie er eben in der Natur die letzten 300, 400 Millionen Jahre gelegen ist. Unendliche Geduld haben die gehabt, ist mit unserem heutigen Zeitbegriff nicht vergleichbar. Was wir am Vormittag machen, haben die, naja, einen Monat, zwei Monate dazu gebraucht, aber sie haben auch das Ergebnis bekommen. Es war oft auch viel schöner. Immer wieder beeindruckend, das enorme Gewicht von Granit. Dieser Radlader transportiert einen Block mit mehr als 20 Tonnen und ist damit nahe an der Grenze seiner Leistungsfähigkeit. Ein normaler europäischer Sattelschlepper darf maximal 25 Tonnen laden und transportieren. Viele der steinzeitlichen Monolithen sind aber noch wesentlich schwerer. Wie wurden sie transportiert? In Lingen, an der deutsch-holländischen Grenze, wollten einen Urgeschichte interessierter Bauunternehmer und ein ambitionierter Gymnasiallehrer herausfinden, wie man in der Steinzeit Felsbrocken transportiert hat. Im August 2002 bewegten Schüler einen 10 Tonnen schweren Felsbrocken auf einer waagrechten Ebene und über zwei Steigungen mit vier beziehungsweise acht Prozent. Viele Hände mit vereinten Kräften. Das ist jetzt von unserem Projekt vor elf Jahren eine Aufnahme von einem Stuhl 40 Meter höher und da sieht man ganz deutlich die Zuschauer im Hintergrund. Ich habe auch noch Fotos gefunden. Da bereiten wir gerade die Balken für die Schrägen vor. Das anschauliche Experiment kann das Rätsel des steinzeitlichen Arbeitsaufwandes vielleicht etwas lüften. Also wie genau die das gemacht haben können wir nicht sagen. Aber die könnten mit verschiedenen Methoden eine Methode wäre mit Rollhölzern das fortzubewegen eine andere Methode wäre dass man umgekehrt das Ruder benutzt an der langen Seite und sozusagen die Ruderbewegung mit dem Stein ausführt und das wäre auch möglich diesen Stein zu befördern. Hier ist der Grund also in diesem Teil der nordwestdeutschen Raum ist der Grund sehr instabil deswegen musste man schon eine stabile Unterlage aus Knüppeln bauen also aus Holzstämmen aber insgesamt war das eine Arbeit die über mehrere Jahre dauern musste. Glastonbury ist eine Kleinstadt in Somerset, England man vermutet durch Mythen und Legenden bestärkt dass es sich hier um das sagenumwobene Avalon handelt der Ort ist jährlich Schauplatz einer Konferenz rund um die Megalithkultur aus aller Welt finden sich Vortragende und Zuhörer ein man tauscht aktuelle Erkenntnisse aus und besucht Megalithanlagen die große Frage ist What were the ancients up to? Worauf wollten die Ahnen hinaus? Worauf wollten die Ahnen hinaus? Das ist eine gute Frage und der Slogan für unsere Konferenz wir lassen diese Fragen offen und stellen sie Jahr für Jahr neu Für mich und die meisten Forschenden hier ist es eher die Aufgabe sich mit den Ahnen gedanklich zu verbinden uns mit den Baumeistern gedanklich zu verknüpfen zu akzeptieren was bis heute davon übrig geblieben ist und uns damit zu beschäftigen und zu erforschen Ja, ich denke es gibt viele Antworten darauf worauf unsere Ahnen hinaus wollten ich glaube sie waren sehr hoch entwickelt sehr intelligent sie waren schamanistischer als wir es heute sind und sie haben an zukünftige Generationen gedacht und Monumente von Bestand errichtet Die offizielle Geschichtsschreibung hat im englischen Sprachraum durch alternative Überlegungen einige Konkurrenz bekommen Manche Ansichten werden hier in zahlreichen Veröffentlichungen vertreten Häufig meint man die Vorfahren waren gescheiter als bisher angenommen ihr Leben sei mehr von Magie und Schamanismus geprägt und ihre Bauwerke seien noch älter Bei den alternativen Sichtweisen und Ideen im Zusammenhang mit der Megalithkultur scheint es eine Zeitverzögerung zu geben weil sich immer mehr unterschiedliche Versionen der Frühgeschichte als berechtigt erweisen beginnt man sie wahrzunehmen Man kann die Archäologie nicht als die einzige Version der Geschichte anerkennen Man hat sich immer nur mit dem Ausgraben befasst und einfach nur daraus Schlüsse gezogen Aber da sind zahlreiche andere Aspekte verborgen wie die Geometrie und die Planung über grosse Distanzen und das Masssystem oder die Energien, die die Bauten verbinden Es gibt schon einige wissenschaftliche Untersuchungen darüber ob sich diese Plätze Erdenergien oder sogar kosmische Energien Der Assembly Room in Glastonbury ist seit Jahrzehnten Schauplatz für Vorträge über unorthodoxe Überlegungen auch zum Thema Steinzeiträtsel Der 2009 verstorbene Schriftsteller John Michel war hier der unumstrittene Starreferent Er hat in zahlreichen Bestsellern eine Welt zwischen historischer Realität und spekulativer Fantasie beschrieben Gegen den Strom der wissenschaftlichen Lehrmeinung schwimmt auch der Geologe Robert Schock von der Boston Universität Er ist seit 20 Jahren davon überzeugt, dass die Sphinx von Gizeh mindestens 8000 Jahre alt ist und nicht 5000 Jahre wie die traditionelle Ägyptologie behauptet Die geologischen Veränderungen am Rande des Bauwerkes führt er auf starken Regenfall zurück welchen es dort seit 8000 Jahren angeblich nicht mehr gegeben hat Die etablierte Wissenschaft hat ihn zunächst ignoriert und dann verspottet Er ist seinen Kollegen Graham, steht aber ungebrochen hinter seiner Theorie der viel weiter zurückreichenden Frühgeschichte Bis zu einem gewissen Grad ist das gesamte Konzept der Megalithkultur eine sehr breit gefächerte Bündelung von vielen Anomalien Zahlreiche Strukturen gehen viel weiter zurück, als viele Menschen je erkannt haben So ist es eine breite Kategorie für einen Zeitraum und für eine breit gestreute Denkweise Ich denke, wir sollten uns an eines erinnern Sie haben mit Stein gebaut und das hatte einen guten Grund Das sind die einzigen Baustrukturen, die verschiedenste Naturkatastrophen überstehen Hinweise zur Lösung des Steinzeiträtsels finden sich auch auf einer steinigen Hochebene namens Burran in Westirland Der Megalithbau aus Schieferplatten wurde 1986 freigelegt und stabilisiert Sowohl die Fundstücke als auch die Gedanken der lokalen Bevölkerung führen ein Stück näher zur Lebenswelt der Menschen vor 6000 Jahren Rund um diese Monumente und Erdbauten gab es immer die Geschichten von den anderen Leuten, die da leben Obwohl wir sie nicht sehen konnten, wurde uns immer erzählt, dass sie da sind Da war immer ein gewisser Respekt und ein bisschen Angst vor dem, was da sein könnte Es wurde uns immer gesagt, sie nicht zu beschädigen und sie in Ruhe zu lassen Aus diesem Grund haben sie viele Generationen überdauert Im Grossen und Ganzen wurden sie gepflegt und die Bauern haben ihr Land rundherum bebaut Sie achten und ehren die Plätze Es ist fast wie die Beziehung zu einem Familiendrab Du respektierst es und du würdigst es Du verstehst es vielleicht nicht ganz, aber du hast gemeinsam mit den Leuten der Umgebung eine starke Beziehung dazu Bei der Restaurierung 1986 wurden Knochenreste gefunden, die interessante Schlüsse auf das damalige Leben zu lassen Im Inneren des Dolmen wurden die sterblichen Überreste von 22 Personen gefunden, vom Kleinkind bis zu alten Menschen Sie wurden begraben und wir konnten sie mit der Karbonmethode datieren Und daher wissen wir, dass sie hier über einen Zeitraum von 600 Jahren beerdigt wurden Somit wurde das Monument für eine lange Periode genutzt Warum dieses Bauwerk in erster Linie errichtet wurde, ist schwer zu sagen Wurde es für Bestattungen errichtet oder war der ursprüngliche Zweck ein anderer und es wurde erst nachträglich für Beerdigungen genutzt Dazu gibt es heute keine eindeutige Antwort Sie hatten sicher eine Organisationsstruktur, sowas wie dieses baust du nicht ohne eine solche Es gibt Beweise für alte Mauern hier, vielleicht wurde hier Landwirtschaft betrieben Es war sicherlich eine geordnete Gesellschaft, die hier lebte und ihre Struktur war bestimmt gut organisiert Wir haben Hinweise auf eine bestimmte Art Religion, eine Art des Glaubens Sie begruben die Knochen und irrten ihre Verstorbenen, was auf eine starke Spiritualität oder religiöse Elemente hinweist Das Steinzeiträtsel hat eine Besonderheit Je mehr man sich den Fragen nach dem Warum und dem Wie zum Nähern glaubt, desto mehr neue Fragen tauchen aus dem Dunkel der Geschichte auf Die Vielzahl der Bauwerke, ihre fast weltweite Verbreitung und die lange Periode von mindestens 8000 Jahren in denen überall ganz ähnlich mit riesigen Steinen und gewaltigen Erdmassen gebaut wurde Die Menschen müssen damals von der Sinnhaftigkeit und der Wirksamkeit ihrer Bauten fest überzeugt gewesen sein Versuchen wir zwei Antworten auf zwei Fragen Warum hat man so massiv und aufwendig gebaut? Wohl um für sich, die Vorfahren und vor allem auch die Nachkommen den Weg in eine andere, dauerhafte Welt zu ermöglichen Vielleicht bildeten die Megalithen eine Art Nahtstelle oder Portal zu einer transzendentalen Welt Wie hat man diese riesigen Bauwerke errichtet? Jedenfalls mit einem hervorragenden Wissen über Steinabbau und Bearbeitung, mit Kenntnissen in Holzbearbeitung und Gerüstbau Vor allem aber mit großem Gemeinschaftssinn Die Zusammenarbeit und Koordination in großen Teams und über lange Zeiträume muss schon hoch entwickelt gewesen sein Aber auf viele Fragen des Steinzeiträtsels wird höchstwahrscheinlich keine schlüssige Antwort gefunden werden Eine dieser Fragen in Stein findet sich auf einem Hügel nördlich von Lausanne Das Besondere an diesem Brocken ist sein Gewicht von 267 Tonnen Es ist geologisch nachgewiesen, dass dieser Kultstein aus dem 70 Kilometer entfernten Rontal stammt Völlig ungeklärt, wie ein derart riesiger Felsen über eine so große Distanz transportiert werden konnte Wie viele Fragen um das Steinzeiträtsel auch offen bleiben Die Leistungen der Steinzeitbaumeister und ihrer Mitarbeiter verdienen höchsten Respekt WIMC WIMC